Hör zu Peter. Ich liebe meine Tochter wirklich. Mein Schatz ist alles für mich. Ich weiß Herr. Sie brauchen sich keine Sorgen um sie zu machen. Ich werde sie glücklich machen. Sie ist mein Herzschlag. Es tut mir leid das zu sagen. Du kannst meine Tochter nicht heiraten. Entschuldigen Sie Herr? Peter, ich habe lange darüber nachgedacht. Du kannst meine Tochter nicht heiraten. Du kannst jetzt gehen. Papa, warum tust du das? Ich liebe Peter. Er bedeutet mir alles. Mein Liebling, du bist so unschuldig und reinherzig. Vertrau mir. Ich weiß, was das Beste für dich ist. Das ist für dein eigenes Wohl. Onkel, darf ich zumindest den Grund wissen? Warum bist du so entschieden gegen unsere Hochzeit? Peter, das ist keine Diskussionsgrundlage. Du musst weitermachen und Sarah vergessen. Aber Herr, Sarah ist das Wesen meines Lebens, der Rhythmus meines Herzens. Ich kann sie nicht einfach aus meiner Erinnerung löschen. Sei nicht so dramatisch. Als Sarahs Vater ist es meine Pflicht, sie zu schützen. Und ich weiß sicher, dass du nicht der richtige Partner für sie bist. Warum sagt er das? Weiß er von meiner wahren Situation? Nein, Papa, nein. Ich werde Peter heiraten. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Liebes, du verstehst die Situation nicht. Bitte, geh in dein Zimmer. Wir werden später darüber sprechen. Auf keinen Fall, Papa. Ich werde hier nicht weggehen. Ich stehe zu meiner Liebe zu Peter. Onkel, bitte verstehen Sie. Meine Liebe zu Sarah ist echt. Ich verspreche, sie glücklich und geschätzt zu halten. Bitte, überdenken Sie das. Genug Peter. Du solltest jetzt gehen. Ich möchte mich nicht weiter in dieses Gespräch vertiefen. Bitte Onkel, wir lieben uns. Indem Sie uns trennen, begehen Sie einen schweren Fehler. Papa, bitte, hör mir zu. Peter ist ein gutherziger und ehrlicher Mensch. Sarah, lass uns deinen Vater jetzt nicht weiter drängen. Ich denke, dein Vater braucht etwas Zeit. Einen schönen Tag noch her. Warum Papa? Warum hast du das getan? Mein Schatz, ich habe das aus Liebe zu dir getan. Peter ist nicht der Mensch, für den du ihn hältst. Er ist kein guter Junge. Wie kannst du das sagen? Ich kenne ihn sehr gut. Du kennst ihn nicht. Er liebt dich nicht. Er liebt dein Geld. Er ist hinter deinem Reichtum her, nicht nach deinem Herzen. Was meinst du? Ich verstehe überhaupt nichts. Erinnerst du dich, als ich dich gestern Abend nach dem Namen seiner Mutter gefragt habe? Ja, ich erinnere mich. Aber was hat das damit zu tun? Es gab einen Grund dafür. Hallo, ich bin es. Ja, Chef. Ist alles in Ordnung? Ich möchte alle Informationen über jemanden. Kannst du das tun? Natürlich. Gib mir einfach den Namen. Ihr Name ist Monika. Sie leitet ein Kosmetikunternehmen. Sie hat einen Sohn. Sein Name ist Peter. Dieser Junge möchte meiner Tochter Sarah einen Heiratsantrag machen. Verstanden, Herr. Geben Sie mir 15 Minuten, und ich werde mich mit den Informationen bei Ihnen melden. Perfekt. Ich werde auf deinen Anruf warten. Was? Du hast über Peters Familie ermittelt? Ja, ich bin Geschäftsmann. Deshalb habe ich viele Mitarbeiter, die das für mich tun können. Und was hat dein Mitarbeiter herausgefunden? Er hat mich nach 15 Minuten mit den Informationen zurückgerufen. Nun, ich höre zu. Was hast du herausgefunden? Du wirst es nicht glauben, Chef. Peters Mutter, Monika, ist finanziell rodiniert. Ihr Unternehmen ist bankrott. Was? Ich wusste, dass etwas faul war. Sie stehen kurz davor, ihr Zuhause an die Bank zu verlieren. In einem Monat werden Sie obdachlos sein. Okay. Danke für deine Hilfe. Gute Nacht. Pass auf dich auf, Chef. Also, wie du sehen kannst, ist Peter hinter unserem Reichtum her. Er ist ein gieriger Mann. Er liebt dein Vermögen. Ich kann es nicht glauben. Sarah, Marc und sein Vater besuchen uns heute Abend. Ich möchte, dass du höflich zu ihnen bist. Ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was ich glauben oder tun soll. Geh in dein Zimmer, Sarah. Nimm dir etwas Zeit, um deinen Kopf freizumachen. Wie ist das möglich? Dieser alte Mann hat deinen Vorschlag abgelehnt? Ich denke, er kennt unsere finanzielle Situation Mama. Er sprach, als würde er ein Geheimnis verbergen. Nein, nein. Das darf nicht passieren. Du musst Sarah heiraten. Du weißt, dass wir dieses Haus verlieren werden. Sarah hat vor ihrem Vater sehr darauf bestanden. Er hat sie ignoriert. Peter, wir haben nur eine Lösung. Was denkst du, Mama? Hast du einen Plan? Hat Sarah unter deiner Kontrolle? Wird sie tun, was du sagst? Ja, sie steht unter meiner Kontrolle. Sie liebt mich sehr. Was ist der Plan? Du musst sie dazu bringen, aus dem Haus ihres Vaters wegzulaufen. Mama, was sagst du da? Das ist die letzte Chance. Du musst heute Abend eine standesamtliche Hochzeit mit ihr haben. Aber das ist riskant, Mama. Du musst das tun. Wir haben keine Zeit, Peter. Sobald du sie heiratest, muss Sarahs Vater dich akzeptieren. Ich habe verstanden, Mama. Sarah wird unter meiner Kontrolle sein. Sarahs Vater liebt sie sehr. So können wir an ihr Vermögen kommen. Ruf sie sofort an. Unser Plan wird sicher gelingen. Wir können es uns nicht leisten, einen einzigen Moment zu verschwenden. Okay, Mama. Ich bin Monika. Niemand kann mich besiegen. Warum bist du traurig, mein Sohn? Sarah hat einen Heiratsantrag bekommen. Klaus, du musst verstehen. Sarah kann nicht deine sein. Wir sind arm. Sie ist reich. Du musst sie vergessen. Ich liebe sie so sehr, Papa. Wie kann ich meine Emotionen und Gefühle verbergen? Reiß dich zusammen, mein Sohn. Es ist unmöglich. Ihr Vater wird niemals zustimmen, dass du sie heiratest. Er wird sie mit Marc, dem Sohn seines Freundes, verheiraten, weil er Geschäftsmann ist. Ich wünschte, ich wäre reich. Dann würde sie mich heiraten. Liebe braucht kein Geld. Liebe braucht Fürsorge und Vertrauen. Ich kann es nicht ertragen, Papa. Es ist nicht in meiner Kontrolle. Mein armer Sohn, bitte weine nicht. Ich kann dich nicht so sehen. Warum ruft er mich an? Peter, bitte, hör auf, mich anzurufen. Was ist los? Du hast mich angelogen. Deine Mutter ist pleite. Was? Woher wusstest du das, Sarah? Mein Vater hat mir alles erzählt. Er hat über deine Familie ermittelt. Schatz, es tut mir leid. Ich wollte dir das sagen. Ich liebe dich so sehr. Du hättest es mir vorher sagen sollen. Es tut mir leid, Schatz. Ich bin arm. Bedeutet das, dass du mich nicht liebst? Das ist nicht so. Liebe braucht kein Geld. Ich liebe dich auch. Schatz, dein Vater wird mich nicht akzeptieren. Wir müssen abhauen. Was? Du willst, dass ich aus dem Haus abhaue? Hör zu Sarah. Wir lieben uns. Wir müssen das tun. Meine Mutter wird uns unterstützen. Aber mein Vater wird mir nicht verzeihen. Er liebt dich sehr. Er wird dir vergeben. Bitte, Sarah. Ich werde ohne dich sterben. Wenn wir das nicht täten, würden wir uns nie heiraten. Willst du mich verlassen und den Sohn des Freundes deines Vaters heiraten? Nein, Peter. Ich liebe dich sehr und möchte dich heiraten. Was ist der Plan? Wir werden eine geheime Gerichtstrauung haben. Ich werde in 20 Minuten vor deinem Haus sein. Wir können dafür sorgen, dass das klappt. Ich mache mir solche Sorgen, Peter. Aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, mit jemand anderem zusammen zu sein. Vertraue mir. Alles wird gut, Schatz. Bis bald. Es tut mir leid, Papa. Ich kann Mark nicht heiraten. Ich muss dieses Haus verlassen. Was? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.